Von klein auf sind Kinder offen für viele verschiedene Kunstformen. Film als audiovisuelle Kunst ist für die meisten Kinder besonders inspirierend. Wie können wir Kinder für Film begeistern? CineMiniEurope antwortet auf diese Frage praktisch. Mit Filmen, Aktivitäten und Materialien für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Mit CineMiniEurope lassen wir Kinder die Welt der bewegten Bilder auf eine spielerische und kreative Weise entdecken. Film lässt sich vielfältig erfahren, durch Schauen, Spielen und gemeinsames Reflektieren. Dadurch wird die Entwicklung von Kreativität und kritischem Denken stimuliert und die Liebe zum Film geweckt. Wir haben das CineMiniEurope Kit für all diejenigen entwickelt, die Kinder in die Welt des Films einführen wollen. Das Kit enthält einen Filmkatalog mit 26 Kurzfilmen, die von uns sorgfältig ausgewählt wurden. Dazu gibt es Material für PädagogInnen und Activity Cards zum Spielen. Dieses Kit wurde mit ErzieherInnen und Kindern aus ganz Europa getestet. Die Activity Cards sind kleine Schätze, die die Kinder an die Filme erinnern, die sie gesehen haben. Die Aufgabe auf jeder Karte lädt dazu ein, sich kreativ mit dem Film zu beschäftigen. Mit einfachen und spielerischen Aktivitäten wie Zeichnen, Tanzen, Schauspielen oder Fantasieren. So kommen Kinder schon früh mit Filmbildung in Berührung. Sie trainieren Feinmotorik, Sprechen und Zuhören sowie ihre sozialen und emotionalen Fähigkeiten. Im Rahmen unseres Projektes haben wir vier Installationen entwickelt, die alle Sinne ansprechen. Sie behandeln Themen wie Schatten und Licht, bewegtes Bild, Geschichten spielen und sehen. Außerdem teilen wir gerne die Erfahrungen aus unseren Workshops und zeigen, wie die Partner mit den CineMini-Inhalten gearbeitet haben. Das Kit kann kostenlos für pädagogische Zwecke genutzt werden, dank der großartigen FilmemacherInnen und der finanziellen Unterstützung von Creative Europe. Inspiriert, das CineMini-Europe-Kit zu verwenden? Na dann, los geht's! Treffe deine eigene Auswahl von vier bis fünf Filmen aus dem CineMini-Filmkatalog. Bereite eine Vorstellung für die Kinder vor. Die idealen Voraussetzungen? Eine große Leinwand, ein dunkler Raum, klarer Sound, aber nicht zu laut. Und natürlich genügend Platz zum Spielen, direkt im Kino oder im Kindergarten. Hab ein kurzes und allgemeines Gespräch mit den Kindern über Film. Frag nach ihren Erfahrungen mit Film. Haben sie schon einmal einen Film gesehen? Waren sie schon einmal in einem Kino? Erzähle den Kindern vom Projekt und der Filmvorführung und bespreche mit ihnen die Regeln. Stelle den Film vor und seht ihn euch gemeinsam an. Erlaube den Kindern, ihre Gefühle und Gedanken auch durch Bewegung auszudrücken. Ermutige sie nach jedem Film zu einem Gespräch. Lass die Kinder reden und sammle ihre Antworten. Stelle Verbindungen mit dem Gesehenen her. Finde Gemeinsamkeiten und gehe auf Unterschiede ein. Nachdem ihr alle Filme gesehen habt, lasst euch gemeinsam dazu inspirieren, aktiv zu werden. Die Möglichkeiten sind endlos. Verteile die Activity Cards und lass die Kinder in Gruppen oder einzeln damit spielen. Wiederholt es sehen. Seht euch Filme noch einmal an und noch einmal und noch einmal. Kinder lieben Wiederholungen und lernen daraus. Du willst bei Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren die Liebe zum Film wecken? Entdecke alles auf cinemini-europe.eu Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020